Halli Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynastie Ähm, ja, so, heute bin ich mal nicht oben rechts in der Ecke, ähm, weil ich furchtbar aussehe im Moment Ähm, ja, es war eine sehr kurze Nacht Ähm, jetzt muss ich mir erstmal wieder reinfinden, was, was genau hatte ich denn vor? Ich hatte wohl vor, das Feld zu pflügen Ähm, ja Warum denn auch nicht? Ähm, ja, also ich bin am überlegen Oh, da steht nur eins Aber nö, ich hatte glaube ich sonst nichts vor Außer das Feld, ähm, neu zu bestellen Ähm, außer es wäre irgendwas wichtiges gewesen Auch vielleicht fällt es mir wieder ein, es ist ja jetzt doch auch schon wieder, ähm, gute zwei Wochen her Es gab wohl auch wieder ein Update Habe aber leider die Patch Notes wieder mal nicht gelesen So, machen wir so Weiter geht's Jetzt habe ich zwar ein bisschen krummen Anfang drin, aber das, äh, passt schon Ja, wunderbar, jetzt sind wir wieder hier auf dem Feld zugange Sehr schön Ach ja Hab ich's vermisst Es ist immer so, ähm, wenn ich dann Frühschichtwoche hab und kann nicht aufnehmen Sondern halt nur Oh, ich hole mir, ich hole mir das Ding gleich Ähm, kann dann halt nur Videos gucken Beziehungsweise Ähm, ich hab ja so ein paar YouTuber da Guck ich ab und zu Ähm, was da so geht Und Da guck ich halt auch gern Habe ich's jetzt? Ja Oh, halt, nein Soll kommen Ähm, da guck ich halt auch gern Was es Neues gibt Oh Ah, oh, gerade noch so Ähm, und das mach ich dann halt quasi Ja, in der Frühschichtwoche Wenn ich da dann halt Äh, ja, nicht zum Aufnehmen komme Und dass ich wenigstens trotzdem so ein bisschen meine Games hab Ähm, ja, guck ich mir da dann halt, weißt du Andere Videos an Oder, ähm, je nachdem Manchmal muss ich natürlich auch Meine noch schneiden Beziehungsweise schneiden nicht Das mach ich ja Immer direkt nach der Aufnahme Ähm, aber Thumbnails machen und so weiter Ist ja auch Alles Nicht so easy Nicht mal eben so schnell gemacht, sag ich mal Aber komisch, warum kommt jetzt keine Musik mehr? Habe ich deswegen die Musik, ähm Meine eigene reingemacht, weil hier keine kommt? Neulich kam doch einfach so Musik Dann dachte ich schon, toll Jetzt, äh, warum hab ich meine eigene Musik drin? Aber jetzt kommt wieder keine Musik Jetzt ist es wieder irgendwie langweilig Vielleicht hau ich in der nächsten Folge Vor der nächsten Folge Meine eigene Musik wieder rein Beziehungsweise, was heißt meine Musik? Ähm, ja Meine Playlist eben Die ich da Mir gemacht hab Na toll Ganze Streifen stehen lassen Na gut, dann fahr ich den Streifen eben gleich noch ab Dann lassen wir aber auch ein ganzes Streifen stehen, dass es auch lohnt Ja So ist das Mit der Schafferei, mit der Schufterei Ach, ich würde so gern die ganze Zeit nur aufnehmen Schneiden Thumbnails bearbeiten Erstellen, machen Ähm Ja, keine Ahnung Recherchieren Also quasi, was neue Spiele und so anbelangt Ach ja Mal sehen, wann ich mir den Traum dann endlich mal erfüllen kann Aber bisher bin ich eben noch ein Rad bei mir In der Firma Eins der Zahnräder von Sektor 7G Nein, das Das nicht Das war Homer Simpson Ein Sektor 7G haben wir nicht Davon abgesehen, äh, ja Sind wir kein Atomkraftwerk Sondern eine Dreherei So, letztes Stück Komm, 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 komm Oh, dann machen wir so Zack, komm wieder runter Ach, das war zu früh So, zurück kann ich nicht Das war das Problem mit dem Mit dem Flug Da ist kein Zurückfahren möglich Nee, ich muss die Kamera mal ein bisschen anders machen So Ja, so ist besser Ja, stimmt Ach Mensch In der letzten Folge haben wir ja die Hiobsbotschaft gekriegt Haha Dass der Dass der Hänger gar nicht da rangeht An Ähm Meinen kleinen Traktor Ach Mann, ey Das, äh Ja Ich hab jetzt, ähm Mir so ein paar Videos in der In der Playlist angeschaut Beziehungsweise nicht die Videos selber angeschaut Sondern Ähm Eben die Videotitel Und da ist mir aufgefallen Dass ich dieses Problem In der ersten Äh, Staffel auch schon hatte Und zwar Genau So Also ich hab auch den anderen gekauft Also nicht den Weißen, glaub ich 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 glaub den anderen Den roten Hab ich, glaub ich, gekauft Den Krampe Und, ja Wollte den auch wegziehen Mit meinem kleinen roten Traktor Und, äh Nix war's Da war ich dann genauso Gearscht Ich weiß gar nicht mehr Wie ich mich da dann rausgezogen hab Aus der Misere Ich glaub ich hab meinen alten Dann wieder gekauft Oder Irgendwie so Ist ja auch egal Hier werden wir was Eben so machen Das war Erstmal uns ums Feld kümmern Und dann eben später Erstmal noch Ein bisschen Äh Tomatengeld verdienen Und uns da dann halt Später dann wieder Den kleinen kaufen Beziehungsweise Den grünen Nochmal kaufen Der hat ja gut funktioniert Also merke Bevor du Deinen Hänger Verkaufst Kaufe zuerst Den anderen Hänger Um zu gucken Ob er überhaupt dran passt Denn sonst Bist er aufgeschmissen Ach man Und ich wollte halt So schön Feld kaufen Und so Hatte schon die großen Pläne Und das war jetzt Der Herber Rückschlag Der Herbert Rückschlag So Kennt ihr alle ne Den Herbert Den Herbert Rückschlag Ja ja Wenn der mal vorbeikommt Dann ist Nix mehr mit Lachen Dann ist Schluss mit Lustig Dann hat Der Clown ein Loch Äh nein Äh der Spaß Ja ja Das ist so mit dem Mit dem Herbert Naja Wenn man überlegt Dass wir Ein New Yorker Städtler sind Der hier Äh Die Farm Vom Opa Geerbt hat Und jetzt Äh Als Keine Ahnung Ähm Angestellter Einer Großen Baumarkt Kette Hier als Bauer tätig ist Dann Kann es schon mal passieren Dass es so Herbert Rückschlag Gibt Mir macht auch Probleme Sorgen Dass dieses rechte Rad Von unserem Traktor So So eiert Sich so rumbewegt So nach oben Und unten Das sieht so aus Als wäre das nicht Richtig fest Denn wenn uns der Traktor hier verreckt Dann haben wir ein Richtiges Problem Dann können wir gleich Wieder zurück nach New York Gehen Wieder bei Walmart Anrufen und sagen Jo wir kommen zurück Beziehungsweise Walmart ist ja kein Baumarkt Wobei ich glaube Walmart hat auch Eine Baumarktabteilung Wo es eben So Dinge Auch gibt Wie wird denn das Wetter eigentlich Morgen soll es Ach Regnen Das sah gerade aus Wie Schnee Interessant Dass der Dreck Noch weiter Dreckt Na ja Ja So 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 ist das eben Der gute Heinz Könnte mir mal Ja wobei Ja doch Oder mir mal In den Kommentar schreiben Falls es Im Update Irgendetwas Interessantes Neues Gibt Die anderen Sachen Die befolge ich Ja auch meistens Recht brav Dafür bin ich natürlich Auch sehr dankbar Lieber Lieber Heinz Das ist wunderbar Der Heinz Mein heimlicher Tipp Mein Telefonjoker Mein Tippmaster Mein Kommentarjoker So heißt es Ja Normalerweise lese ich Die Patchnotes Immer Von Spielen Aber oft Ist es halt so Dass Steam Die einfach Mal Locker Fröhlich Updatet Und man Kriegt es Einfach Gar nicht mit Also jetzt Neulich habe ich es Mitgekriegt Als ich Neulich Es war gestern Als ich Satisfaction Aufgenommen habe Übrigens Alle die hier Zuschauen Ich sehe es ja An den Zuschauerzahlen Ihr schaut Farmers Dynastie Aber nicht Satisfaction Also Guckt es euch mal an Es ist wirklich Ein sehr geiles Spiel Und Hier auf meinem Kanal geht es Ja darum Ich spiele Die Spiele Die mir Spaß Machen Deswegen Ist ja hier Nichts mit Bezahlen Und ja gut Nicht nur Deswegen Sondern auch Weil Es ist natürlich An Abonnenten Fehlt Tue ich das Also wenn jetzt Natürlich einer herkommt Und sagt Hey guck mal Ich zahle dir 10.000 Euro Wenn du jetzt FIFA spielst Ja Ich kenne mich Und dann kann es Sehr gut passieren Dass ich die 10.000 Euro nehme Und versuche FIFA zu spielen Ich werde dann aber Daran keinen Spaß Haben Und werde es Ja Ich weiß nicht Wahrscheinlich Höchst ungern tun Das ist jetzt Nur ein Beispiel Weil ich spiele Eben kein Fußball Und kann mich halt Für Fußball So überhaupt nicht Begeistern Und dann ist Ja sowas wie FIFA natürlich Überhaupt nicht In meinem Jagdgebiet Ne aber es geht Im Endeffekt darum Dass ich jetzt halt Noch die Wahl habe Und nur das Spielen kann Und will Was mir halt Spaß macht Und Satisfaction Das wird so eine Unendliche Geschichte werden Das ist So wie hier Wo es quasi immer mal Wieder was Neues gibt Und dann der Der Spaß An der Feldarbeit Wiederkommt So ist glaube ich Satisfaction Einfach Ähm Ja Also ich mag so Aufbauspiele Und Ja Ich merke auch So langsam Ähm Ja Es ist Ähm Es ändert sich YouTube ändert sich Mal abgesehen von Artikel 13 Oder wie er 17 Oder wie er jetzt heißt Oder was auch immer Ähm Wenn das dann Soweit ist Was sich da ändern wird Aber YouTube ändert sich Dahingegen Dass einfach Die Leute Nicht mehr so viel Tod sehen wollen Also Die Die Ballerspiele Die Horrorspiele Die Killerspiele Oh Killerspielspieler Ähm Die gehen zurück Die Videos Die Die Klickzahlen Man sieht seine Klickzahlen Ich sehe es Ähm Bei meinen Kollegen Und ähm Also bei den YouTube Kollegen Ähm Auf deren Kanäle Ich unterwegs bin Ich sehe es auf meinem eigenen Kanal Auf meinen eigenen Videos Es sind einfach die Ballerspiele Nicht mehr so gefragt Die Leute wollen eher Ähm Harmonische Spiele sehen Sowas wie hier Farmer Dynastie Ähm Da passiert niemand was Es wird niemand verletzt Und Ja Es ist ja auch Es muss ja nicht sein Wir haben ja Draußen Wenn man so einfach mal kurz In die Nachrichten schaut Genug Äh Furchtbares Zeug Wo Leute Ähm Zu Opfern werden Egal in welcher Hinsicht Und da muss das ja nicht unbedingt auch noch Auf äh Computerspielbasis Dargestellt werden Und ich finde das völlig gut Die Entwicklung Die ist genau in meinem Gusto Ähm Denn es gibt genug Ähm Spiele Die weder Counter-Strike Noch PUBG Oder sonst irgendwie heißen Ähm Selbst Fortnite Ist ja Soll glaube ich schon So eine Brücke schlagen Zwischen Diesem Sportlichen Ja Abschießen Es ist ja nicht mal das Töten an sich Es ist ja Es ist ja der Abschießsport Es könnten Könnten ja auch Paintball Waffen sein Es gab glaube ich sogar mal Ein CS mit Eine CS Karte Mit Paintball Also Counter-Strike Ähm Wo man anstatt mit Diesen normalen Waffen Nur so Paintball Waffen hatte Hat sich aber nicht so ganz durchgesetzt Jetzt muss ich mal meinen Pulli ausziehen Nebenher gerade weiterfahren versuchen Ähm Waa Ich hab Driften Ja Und ähm Es ist halt einfach so Es ist halt auch Alltagstauglicher Also ich meine Ich würde niemals Irgend so ein krasses Sowas wie Mortal Kombat Oder so Ähm Das ist ja ziemlich blutig Und keine Ahnung Oder Resident Evil Oder so Sowas würde ich nie spielen Gut Resident Evil Nicht weil es Horror ist Und ich hasse Horror Ich mag es nicht Mich zu gruseln Ich finde es einfach nur kacke Ähm Es gibt ja Leute Die finden Horror schön Und die mögen es Wenn sie sich gruseln Und das sind auch so Leute Die Die lachen Wenn man sie kitzelt Ähm Ja Ich lache nicht Wenn man mich kitzelt Ich äh Finde das extrem unangenehm Ich hasse dieses Gefühl Wenn es Wenn jemand anderes Einen kitzelt Und das äh Und da kann ich nicht lachen Da versuche ich mich zu wehren Oh ich werde etwas hungrig Naja gut Dann tun wir uns etwas Äh Ei Reinhauen Ein Guseck Ein Gänseei Okay Das so Ja doch Gibt schon ganz schön Ganz schön Tinte auf dem Füller So also wie gesagt Ich hasse es mich zu gruseln Ich hasse es gekitzelt zu werden Wo andere lachen Und ähm Wenn einem Auf dem Klo Die Beine einschlafen Kennt ja bestimmt jeder Ähm Dann ähm Kribbelt es ja irgendwann so Ja Für manche ist es ein lustiges Angenehmes Kribbeln Die sagen sich Och ja Mein Bein ist eingeschlafen Ich kann es gar nicht mehr fühlen Aber es macht ja dann gleich wieder Mit einem Kribbeln auf So Ähm Bei mir sind das einfach nur Schmerzen Ich Ich habe da irgendwie so ein Schmerzempfinden Was Kitzeln Und andere Sachen anbelangt Ich weiß es nicht Was da nicht genug Was da genau nicht stimmt bei mir Aber Es sind Schmerzen Also ich Ich habe da richtige Schmerzen Ich Ich empfinde das als Schmerzen Als unangenehm Und Und echt Sehr störend Nervig Dieses Kribbeln Wenn irgendwas eingeschlafenes Wieder aufwacht Und ähm Genauso ist es halt mit Horrorspielen Ich finde Horror Gruseln Und Angstsituationen Finde ich einfach nur Hässlich Mag ich nicht Will ich nicht haben Und ähm Ob ich da jetzt ein Schisser bin Oder was Ist mir völlig egal Da könnt ihr mich nennen Was ihr wollt Ähm Ich spiele es einfach nicht Und Gerade bei Resident Evil Oder so Da ist einfach so Der Der Ekelfaktor Ist halt auch sehr hoch Und Ähm Sowas würde ich auch gar nicht Auf meinem Rechner haben wollen Denn Wenn ich hier am Ähm Thumbnails machen bin Und äh Dann kann es schon mal vorkommen Dass das Tagsüber ist Vormittags Und mein Sohn Mein Fünfjähriger Dann hier rum sitzt Und ähm Ja Dem würde ich sowas Natürlich nicht zeigen Und dann müsste ich Dann wieder warten Bis der aus dem Zimmer ist Und so weiter Und Das käme Störend dazu Dass eben Ähm Wenn da irgendwelche Horror Äh Oder Tod Äh Irgendwelche toten Leute Man nimmt ja natürlich Sowas als Thumbnail Äh Irgendwas Gruseliges Grausames Was dann halt Ähm Das Spiel ausmacht Und was ist Ja Resident Evil Zum Beispiel Ist das so Ähm Und ja Das käme dann halt Echt störend noch dazu Das würde Mir dann noch weniger Spaß machen Und deswegen Finde ich diese Entwicklung Dass einfach so Gewaltverherrlichende Spiele Weniger werden Und weniger gezeigt werden Und die Klickzahlen Auf Äh YouTube Videos Derart Also Let's Plays Zurück gehen Diese Diese Entwicklung Finde ich vollkommen Vollkommen genau Also Absolut Es muss Es muss nicht immer Sowas sein Wir haben Wir haben sowas genug draußen Ich meine Sowas wie jetzt Fishing Simulator Oder so Ist ja theoretisch auch Kausam Also Für den Fisch dann In dem Fall Aber ja gut Oder Hunting Irgendso ein Hunting Simulator Wo man Tiere abschießt Naja Muss man auch nicht unbedingt Spielen Spielen sage ich mal Aber ja gut Es ist jedem selber überlassen Für mich Ist es einfach Uninteressant Also es Kommt halt für mich Einfach wegen Wegen des Spaßfaktors Wenn ich in Frage Gespielt habe ich sowas Natürlich früher schon mal Also Ich weiß wovon ich da rede Ist nicht so Dass ich da jetzt generell Mal dagegen bin Einfach so Sondern ich habe das schon gespielt Und habe einfach gemerkt Das ist nichts für mich Genauso wie Mohun Damals Kältere Generation Also gerade so Meine Generation Die wird sich dran erinnern Mohun Warten Spaß Diese virtuellen Mohuner Abzuschießen Auf dem Computer Und auf dem Handy gab es da Noch keins Beziehungsweise Es gab schon Smartphones Naja Handys Smartphones nicht Es gab Handys Die konnten aber All sowas noch nicht Und die konnten Glaube ich auch noch Kein Mohuner spielen So Ich schaue mal ganz kurz Haben wir den 100% gepflügt Jawohl Sehr schön Also kriegen wir auch Unsere volle Feldgröße Wieder zurück Mal kurz einen Schluck Trinken hier Ich rede mir ja schon wieder Small fusselig Und eigentlich sollte Jetzt auch mein Timeout Demnächst anschlagen Ähm ja Macht er auch in 24 Sekunden Denn dann sind wir auch schon Wieder bei 20 Minuten Und das passt so So wunderbar Mit der Feldgröße überein Also entweder bin ich Auf die Weise Deutlich langsamer Als sonst Oder deutlich schneller Also mit dem Effektiveren Fahren Sprich Ja also so wie ich Jetzt halt gefahren bin Und nicht so kreuz und quer Mit Rundung Und bla bla Und hin und her Ja da geht's auch schon los Hahaha Ähm Also der Timer Und Mal sehen Sind wir so schneller Sind wir langsamer Ich weiß nicht Auf jeden Fall Es ist angenehmer zu fahren Immer in geraden Linien Ich werde in der Pause Mich nochmal raus Oh ich muss dran denken Meine Playlist nochmal reinzuhauen Hm Und dann Äh ja Ähm Dann werde ich dann Nur morgen In der nächsten Folge Weiterhin ausführen Ähm Was ich jetzt gerade Angefangen hab Von ähm Der Entwicklung Äh Von YouTube Ja Äh gut Dann äh Bis morgen Meine Freunde Macht's mir gut Vielen Dank fürs Zuschauen Schaltet auch morgen wieder ein Wenn's wieder heißt Time to play Hier bei Farmers Dynasty Bis dahin Tschüssi Kowski